Ich habe den Bachelorstudiengang Umwelthösenjahrwesen mit der Vertiefung urbaner Ökosysteme absolviert und arbeite jetzt als Werkhofleiter bei der Gemeinde Egersheim. Meine Tätigkeiten umfassen die Sicherstellung eines nachhaltigen Grünflächenunterhalts im ganzen Gemeindegebiet. Ich bin verantwortlich für den Strassenunterhalt und zusätzlich für die Wasserversorgung in der Gemeinde und für alle kleineren Aufgaben, die anfallen, eigentlich für den ganzen Aussenraum instand zu halten. Ein wichtiger Teil meiner Aufgaben ist momentan das Umsetzen vom Grünstadt-Schweiz-Label. Da geht es darum, dass wir eine nachhaltige Grünflächenpflege machen und damit eine lebenswerte und auch ökologisch vielfältige und wertvolle Umgebung erhalten und gestaltet. Was ich vom Studium mitnehmen in meine jetzige Tätigkeit kann, ist eine lösungsorientierte Herangehensweise an die Problemstellungen, auch wenn sie neu sind und komplex. Ein nachhaltiger und ökologischer Grünflächenunterhalt würde in Zukunft ein Standard werden. Darum bin ich stolz darauf, dass wir in einem sehr frühen Stadium schon diese Dinge in den Weg leiten können und dass wir als Gemeinde hier von Anfang an dabei sind. Es ist ein Studium mit Zukunft, weil immer mehr Menschen auf immer engeren Raum leben und es deshalb umso wichtiger wird, die vorhandenen Grünräume zu schützen und sinnvoll zu nutzen. Vielen Dank.